Falls ihr Bock habt auf Coins oder günstige PSN-Karten, checkt doch gerne mal den ersten Link in der Beschreibung ab. Würdet mich dadurch unterstützen, ist keine Pflicht, aber gebt einfach doch mal für 3% ein und dann wird es sich definitiv lohnen für euch. Was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich den Controller nicht in der Hand, heute hast du mal das magische Zepter in der Hand. Ihr könnt sehen, es ist nicht Elite 1, nein es ist Gold 1, ich habe die Weakten League. Ich sage einfach so, es ist so verschissen. FIFA ist eigentlich für mich ja schon gut durch. Dachte eigentlich noch in der vorletzten WL, für mich, ich drehe nochmal richtig durch, habe dann aber nur Gold 1 geschafft. Das ist eigentlich schon wieder am Dancing. 200k Sets, ja ich werde zufrieden. Ein blauer Walkout, wäre natürlich gewünscht. Komm zieh einfach, zieh einfach. Willst du ein Walkout bitte? Was, ja. Ja, zack, 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 zack. Ist da ein Walkout drin, ja oder nein, es ist kein Walkout, nice. Es ist 1,84 Plus. Toprak, den ziehe ich jetzt mittlerweile, ja, irgendwie gefühlt wie im Set, nice. Warte, Fette. Kein Walkout. Es läuft. Nice. 2,84 Plus Karten. Fährmann, den habe ich in meinem Team, den kann ich dann jetzt eintauschen. Hey, nice. 200k Sets, kein Walkout, hey, Kosta noch dabei, Zuma noch dabei, ja, nice. Ähm, ich bin zufrieden, also, äh, ich bin ja, innerlich, äh, mache ich so heftige Freudensprünge, das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Ich brauche jetzt noch 116 Sieger, hey, guck mal, 24 Siege, heißt noch einmal Gold 1. Mal gucken, worauf ich schwitzen werde, weil ich weiß nicht, was da noch Großartiges kommt, ja, ich glaube, kann man hier irgendwie, ne, kann man wahrscheinlich nicht sehen, also das, was ich gelesen habe, ist wohl, dass nochmal ein ultimatives TDS-Set kommt, ich glaube aber nicht mit den Tots, die jetzt gerade draußen sind, besser auf das Selbstwert. Ja, Leute, wie gesagt, das sollte jetzt gewesen sein, ich habe die Schnauze voll, gerade von Packs öffnen, ich werde gleich hier vor meinem Bildschirm am Sabbern sein, bei den ganzen netten Sets, die die ganzen Gruppen YouTuber ziehen und ich will sagen, wir sehen uns das nächste Mal, haut rein.